Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Tag, neuer Park. Neuer Scheiß-Park. Heute geht's hartran in Walibi bis 13 Uhr. Wow, Marvin findet auch irgendwas, der macht aber eh keine mehr Vlogs. Weil der kann nämlich nicht schneiden. Zu vorzuschneiden. Okay, genau, wir machen da Abstimmung. Wer ist dafür, dass Marvin auch mal Vlogs macht? Ja. Ich stimme einen ab. Und der Frikhandel. Nee, ich stimme Frikhandel ab. Nee, 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 gibt's nur einen Kombi. Das heißt, wenn ihr Frikhandel mögt und dafür seid, dass Marvin einen Vlog macht, dann stimmt jetzt dafür an. Ja, Fresse hat sich. Das war schön. Was für Erwartungen hast du an Neuroben? Äh, viel Angst. Ich habe Angst. Kann ich verstehen. Ich bin gespannt, ja. Was hast du für Erwartungen? Dieselben. Hast du Angst? Ich bin gespannt. Bist du begeistert? Ja. Es ist ziemlich toll hier. Ich bin gespannt. Ja. So, was sind wir wohl gerade gefahren, genau, Excalibur. Ja, war überhaupt nicht nass, nein. Ich hab vielleicht noch eintroffene Flecken, aber auch nicht. Ja, ist ein bisschen nass, meine Füße quiechen jetzt noch. Wir waren jetzt auf dem wunderschönen Sleppbessel, genau da gehen wir jetzt hin. Und danach zum Frikantel-Automaten? Erst zum Frikantel-Automaten. Heute geht das Frikantel-Essen vom letzten Mal weiter. Lecker, lecker. Aber ich fang jetzt mal an mit einem Kipstick. Wo gehen wir als nächstes hin? Ähm, ich würde sagen... Rappeljus. Ok, das Frikantel-Automaten. Ok, das Frikantel-Automaten. Ok, das Frikantel-Automaten. Ok, das Frikantel-Automaten-cium. Ok, das Frikantel-Automaten- Bist du begeistert? Ja, der Bass ist ein bisschen übertrieben, aber sieht schon gut aus. Ganz klein bisschen übertrieben. Ja, so ist gut. Oh, jetzt ist wieder Kacke. Da fehlt mir Bass, wir brauchen Bass. Wie war's? Eigentlich besser als davor. Muss ich wirklich sagen, bei Corkscrew hat's ja immer noch ein bisschen geschlagen. Aber insgesamt ist die Bahn recht samm. Ganz da als Startguns. Und das auch? Ich finde sie auch gut außerhalb der Corkscrew. Ja. Ja. Ja, ich lege ordentlich. Das hole ich mir aus. Das hole ich mir aus. Ich habe keinen Plan, egal was mit. Was hat's ergeben? Express. Express? Freust du dich auf Express? Hast du einen Expressbottler? Für Express? Ja. Hast du einen Expressbottler? Erst abgewogen? Oh ja! Jahha AMínkal. Quatsch abgewogen. Wir werden gerade ERT. Wir werden ERT. ERT! ERT! Zu zweit Nächste Runde, was hier wird geholt? Eine Erweiterung von Freakambel. Aber wenn du auch schon dein Geld ansuchen, das klingt doch gut. Wir waren jetzt auf Goliath. Und war toll. Ja, war geil. Die erste Reihe ist top. Die letzte war voll am besten. Besser als Tavon. Wegen Sanftigkeit. Und ist geil. Das ist Erdheim. Mehr Erdheim. Ein Erdheim. Gigant. Aber jetzt kommt noch ein Nebel von vorne. Scheiße gut. Wegen machen wir einen Raid hier. Robin Hood. Ich fahr draußen und ihr fahrt zu. Oh geiles Lied. Totzies. Totzies. Ach guck mal deine Wartezeiten hier. Torvaland 2.0 würde ich sagen. Oh jetzt sind sie weg. Doch da. Ey Schatz hast einfach die höchste Wart. Ja. Das ist echt alles. Keine Sinn. Doch weil die Musik gut ist. Meinen. Ist das Schatz? Übrigens bei uns jemanden fragt ob es voll ist. Vor allem. Ja. 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 Da sagst du mir diesen Rad. Ist schon rund. Schon groß. Wir waren nochmal auf dem Top Spin. Ohne Wasserbälle. Aber einfach echt geil. Ja. Das hat richtig Sport gemacht. Das war richtig schön. Ja. Deswegen. Kann man nur empfehlen. Excalibur. Ja. 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 Whenever geht es dir. Ja. Ja. Plattform. Wieder fahren. Und Toiletten. So jetzt geht's dich auf Tour. Was hältst ihr davon? Geil. Absolut geil. Ja. Ehrlich gesagt Jahr langweilig so geil das wär. couple two sådan. בסp 같아 mirас langsam nach Elektroly hier kannatan pieces fahren. Mensch, ansonsten. Ich hab noch keinen Führerschein, das ist so schwer. Freust du dich auf Speed of Sound? Ja. Ja. Unser Haya Marvin. So, wir waren wieder auf Goliath. Einfach Brombe. Wir sind sitzen geblieben, auch immer Toole. Wir sind sitzen geblieben, auch in der Straße. Wir sind sitzen geblieben, auch in der Straße. Wachst du auch, gibt es los? Ja, ja. Wenn da ein Weg hin geht zu Goliath. Also willst du es mal vorschlagen? Ja. Willst du es mal vorschlagen, da einen Weg bei uns zu lassen? Ja. Wenn du was erfahren willst, was in der Zukunft passiert, kannst du dahin gehen. Nur, da steht halt keiner. Das heißt, du hast keine Zukunft. Das andere hat keine Zukunft. Das heißt, du wirst scherben auf Expressen. Oh, Stinger Ladies! 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 Tatsächlich geil hier! Oh, das sieht auch so schön aus. Ja. Das wird jetzt toll. Oh, der Gang hier. Ja, wir haben uns gekühlt. Komm, jetzt ist es direkt warm. Komm, jetzt kann es direkt so filmen. Wow, hallo, hallo. Willkommen in die Videos? Äh, nee. Ja, es ist gut. Nein, es ist gut. Nein, es ist gut. Nein, es ist gut. Nein, es ist gut. Das Riesenrad ist episch und das sieht voll geil aus. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Scheiße! Scheiße! Ich verstehe nichts, aber es ist geil. Oh, der hat sich geklärt. Der hat sich geklärt. Wow, ich finde das sieht geil aus. Zusammen, it's so amazing here. All of this view. Und jetzt ist die Kalibu. Einmal Walibi von oben her im Dunkeln sehen. Ja, das müssen wir machen. Das müssen wir machen, okay. Schotten Rob wird jetzt gefahren. Danach nach Goliath. Dann haben wir viel Spaß. Was ist deine Meinung? Hallo! Deine Meinung? Okay, ist gut. Boah, ein bisschen nice hier. Walibi in der Nacht. Was ist dein Fazit, Marvin? Was sagst du? Was sagst du? Guckt's richtig? Ja. Guckt euch das einfach mal an. Auch da hinten sieht es noch ein bisschen neblig aus für die Fortune. Das ist echt sexy, wow. Das war Goliath im Dunkeln. Das ist ein bisschen neblig aus dem. Guckt euch das nicht. Ein klick ist von dir. Einer von dir. Einer von dir. Einer von dir. Hey, sind wir nicht echt vloggers? Ja, klar. Man, ich kann ja vloggen. Ja, weißt du, eigentlich habe ich auch nicht gehört. 2000. 2000. Ich dachte, ich muss von dir sagen. Oh mein Gott. 2000. Danke, wir sind hier. Wie ist es heute? Hii. Hiiii. Ich wollte von dir auch vloggen. Aber ich kann mein Telefon, und dann kann mein Telefonsohnbeln legen. Und ich will kein 2400 reflekskamera nehmen. Wir haben 2000. Marciano ist tot. Als jij in heel viel hat, ich bin mit Lulud. Ich kann, ich kann weg. Kijk. 2450. Wie ist ihr Name? KostaTV. Oh, KostaTV. KostaTV ist gut. KostaTV ist gut. Five on the music channel. Marciano Blender. Wie viele subscribers habt ihr? Ich habe mehr. Ich habe 3000. Und ich habe 170. Ich habe 1465. Marciano, ihr habt auch neue Freunde gefunden? Ja. Und ihr habt Walidis? Ja. Ich habe ein Pass. Ich habe ein Pass. Wo ist denn jetzt? Ich habe ein Pass. Ich habe ein Pass. Ich sage einfach ein Pass. Ich sage einfach ein Pass. Ja, das schnappt ihr auch wel, er ist nicht achterlöchig. Jetzt gehen wir aber wirklich hier. Ich glaub die sind 16 oder wie alt waren die jetzt? Ja ja, 16. Und erstmal hier live werbung, Red Bull is geil. Aber jetzt gehen wir auch mal einfach. Also was ist endlich, nein ich will noch länger hier bleiben. Willst du noch länger hier bleiben? Ich will noch mehr go live. Noch mehr go live. Go live, go live, go live. Auch wenn die heute ist und 10 mal gefahren. Ich will jetzt sterben auf der Heimfahrt, egal. Mindestens 10 Jahre oder so. Deswegen aber ich würd nur sagen. Hartgarn. Jetzt geht's Hartgarn nach Hause. Na hartgarn. Dann wird der Motor aufgedreht. Dann gehen wir jetzt raus. Genau, 5 Sekunden genau. Dort sehens. Dort sehens. Und wir sind draußen. Auf jeden Fall, das war's jetzt mit dem Tag. Alle sind verlinkt. Alle in der Videobeschreibung. Und wer ist verlinkt? Wallercoaster12 ist verlinkt. CoasterTV ist verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sehr nice, der Vlog habe ich so gehört. Der hat Opferweiber abgefangen. Deswegen wird ein sehr geiler Vlog. Und wir gehen rüber in die Endcard. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.